Warum machen wir die Schneize? Weil wir ein Wort haben Gebete gemacht. Ich und der Rettore, mit Gianni Tack und Giancarlo Galler, und dann müssen wir die Schneize und den Import einen Monat lassen. Wenn wir den Wohl geschnitten haben, dann haben wir das Gebete verloren. Und der Beile haben uns gebungen, noch an der Gianni und Giancarlo und sie müssen aus dem Gemüse holen. Haben sie denn nie die Schneize gezogen, zu sehen, wenn sie nicht wollt sind? Nein, das haben sie mir nie getan, weil ich auch nicht von Erden gesagt habe. Ich bin ein Lauterer, ich bin auch ein Lauterer. Ohne, hau doch, hau mich her. Wenn ich den Kopf auf mich gesetzt, dann bin ich schon ein Lauterer gewesen. Hau, schau die Mion. Ich bin hier 60 Jahre alt. Ich bin mit dem Kopf auf mich gerichtet, unter und unter dem Dach. Mit dem Motorrad. Ich habe noch nicht die Motorrad. Ich habe noch nie ein Holzgemüse mit Futter schneiden, noch ist mir die Motorrad. Auch und da war das Gesicht überschneiden. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich die Motorrad werden konnte. Von dort, bis vorher, wollte ich... In... In... Bis vorher... Ja, wollte ja noch nicht. Nur bin ich mit dem Gericht, das ist schnell schnell, schnell leer. Und dann bin ich die Stradriano gebänt, mit der Maschine. Und dann habe ich schnell nur in dem Spital. Dann haben sie mich geblickt, und ich habe hier 80 Punkte gemacht. Aber weil sie mich geblickt haben, habe ich noch gesagt, wenn ich mich informiert, wo wir in Schnauze Futter schneiden wollten. Dann habe ich gesagt, lass dich da. Wenn du bist, lass dich dran. Dann habe ich mir gedacht, ob ich alleine bin, mit einem halben Schnauze. Ich hätte recht schön, wenn Ronny alle zwei wurden geschnitten. Aber sie sind noch ein bisschen wieder geboxt. Wie viel Jahr war der Schneidze? Der Schneidze war ich hier oben jetzt 47 Jahre alt. Wie viel Zeit haben sie gebraucht, wenn sie so schön werden? Ich habe hier ein paar Jahre gebraucht, wenn sie so schön werden. Wie viel Zeit haben sie gebraucht, wenn sie so schön werden? Durch diese Schmorgans kommen. Aber ohne sie kommen. Aber jetzt mit dem Covid-19, muss man noch etwas machen, was wir tun haben. Dann brauche ich sie niemals zu kommen. Jetzt hat die Schneidze ein bisschen Herz richten. Du leid mit den Händen, mit den Winger ein bisschen so. Und lassen sie gerne. Und jetzt tun sie heute ein bisschen Stutzen. Et der Sinn ins Maul. Kein Mind. Und auf Stutzen Cuid, das ist ein bisschen zu sein. Den Winger war er noch nicht zu sein. Und dann mit dem Winger. Da sind sie ganz zu sein. Du siehst dich. Also wirst du leid. Und dann Increidchen. Und dann, schon sehen wir es hier. Vielen Dank.